Let's play Vorstehen Okay Ah Das ist ja geil Ich glaube wenn man das nicht selber findet Und dann erzählt es manchmal jemandem Was es hier in der Region so gibt Und die Markiers auf der Karte Das ist cool So jetzt erzählen wir mal was neues hier Was brauche ich denn nicht Das Ding ist schlechter Kann ich nicht anlegen Weg Na ja auch weg Nicht Hm Ist das euer ernst? Ich finde die nur Sachen Die schlechter sind als meine oder Raffe ich das System einfach grad nicht Weg 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 Left Was Leftovers Lefto Egal Keine Ahnung Was ist das? Das können wir auch weg machen Hat die Jungs Ah da ist er Ein Gleiter Jetzt habe ich es Einen Gleiter Zehn Silbermünzen Ne Es wird zu teuer Boot Hochzehn Brauche ich es noch nicht Bomben Komm und gucken Keine Flaschen Können wir uns wieder So eine So eine Na sag schon So eine Heilpotion basteln denke ich mal Da vorne kann man noch was kaufen verkaufen Gucken wir mal So was die Rüstung und sowas Und ein Helm könnte ich noch gebrochen Ups Na 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 Ich wollte mich ärgern Die nächstes Ey Die haben nur Schrott Nur Sache die nicht anlegen kann Man muss doch hier auch irgendwo croften können Weiß sie ja nicht Nur kurz Was sagt denn die Karte Oben ist noch irgendwas Was ist das Eine Lupe Alter Auch ein bisschen crazy Wort hier Was hast du Identifizieren Kann ich da mal ein Stock anpacken Aber das ist bestimmt schon Identifiziert Ja Mann Halt Die Truhe Kann man hier aufhauen Toll Haha Super Was haben wir denn noch hier Ach da Sieht aus in der Toilette Was ist das Winder Aha Hier Aha Da haben wir es schon Wenn man vom Teufel spricht Was kann ich denn hier so schönes bauen Was ist das Ist egal Ist doch schlechter als meins Eine Rüstung Ich brauche Ich brauche Wasser dafür Okay Was kann ich hier was Wappen Customization Was kann ich hier machen und wo kann ich es machen Ich kann hier Ich kann hier Nix machen Ich nicht wissen und ich auch nicht verstehen Ach man Was kann man hier machen Oh 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 Den Kram Crafting Distance Was ist denn das Hier geht man gerade raus Das ist noch mehr Aha Okay Hier geht es weiter Was haben wir hier Eine Schneiderei Schön 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 Ein Webstuhl Was können wir hier machen Hm Okay Können wir Wolle Wolle Für was auch immer Aber wir machen es einfach mal Krass Sehr geil Es ist 8 Uhr 2 Wir haben 16 Grad Und oben sind 50% Was immer so bedeutet Es war noch nicht immer dunkel Verstehe ich nicht So Ist das schon mal geschafft Was habe ich jetzt davon Was kann ich hier noch machen Ach dann könnte ich mir das Ding ja bauen Aber das Ding ist nicht gut Oder AP Naja Hm Nee Lass mal stecken Bro Es geht hier ab Hm ich habe keine ahnung so geht es weiter cool was geht hier noch macht die schreinerei ja genau gut vielleicht sind es ja diese wirft niemand brauchen seine waffen da müssen hübscher zu machen das probleme gleich mal aus glaube ich mich selber mal interessieren okay das nehmen wir mal was bräuchte dafür was ist denn nun merkt bank scheiße aber egal was habe ich mir jetzt gekauftet und schon der bessersatz weil ich gerade trage dann nehmen wir die mal an sie ist auch schon ein bisschen nicht mehr ganz so bunt aus gehen wir nochmal zurück in die schmiede die war hier doch hier gucken was wir hier mit nur machen können ding ding ach man kriegt sogar manchmal zwei raus das ist cool gott wenn ich je mehr wenn ich je mehr runde das brosse jahre um die ganzen dinger hier in zu schmelzen gold gold haben wir auch wir haben silber so und jetzt das brauche ich nicht das ding ist schlecht kann ich jetzt irgendwie meine waffe verbessern oder bergbank werkbank werkbank da ist ja auch nö auch ich bitte euch das das ist ja ernst das bräuchte in so einem blöden holz klumpen gibt es noch irgendwo so n ding for me please bei meinem glück finde ich wieder nischt ich will wissen was das ding jetzt wird macht das interessiert mich jetzt es gibt mir verdammt noch mal so einen blöden busch oder keine ahnung was das holz gibt eine blume cotton plant busch da hinten ist der busch und er hat kein holz nein hat er nicht ihr wollt mich doch nicht daran holz ich brauche holz ich würde gerne baum umhauen aber geht ja nicht hm hm jaja das ist doch nicht wahr ich bitte jung da ich hab ihn und weh le liquor kein holz so wir können zurück und gucken was macht nochmal zur sicherheit da ist das verstehe ich das nehmen ist doch es muss wohl das sein ich probiere es einfach aus dahinten noch einer letzte was er mit wenn man verzieht dann nehmen wir es nicht mit blume meine hat damit auch wenn sie so schon irgendwie müsste ich hier nicht spielen musik keine ahnung warum ich hier keine musik habe obwohl es eine option bei den sounds eine musik lautstärkeregler gibt aber da muss ich reinhauen tut mir leid aber ich kann nicht rein und kündig tot verdammt man hätte ich mich mal erheilt neun gewöhn ich will nicht mit spielen er ist darauf reingefallen super so hässlich noch mal zum links hier ha ha ok werkbank und waffe aussehen ich habe den jetzt plus einzeln macht und habe ich jetzt gebaut sicher ernst oder jetzt jetzt bin ich verwirrt weil irgendwo muss man doch auch da was ranbekommen kann man nichts machen verdammt angst na gut dann würde ich mal sagen beende ich mal hier das letzte show ich hoffe es hat euch gefallen was ich euch so gezeigt habe mir hat es zumindest Spaß gemacht dann werde ich mal sehen ob es in der nächsten zeit noch ein bisschen mehr Material zu dem Spiel gibt ich werde mich mal noch ein bisschen belesen vielleicht Prozent finde ich ja das ein oder andere noch raus und bis dahin bis die Tage macht's gut schau das